Also auch wenn ich mir völlig im Klaren bin, wieso jeder das P30 Pro testet und nahezu keiner das P30, heißt das nicht, dass ich damit einverstanden bin. Denn ich würde sagen, es ist absolut falsch, das P30 zu ignorieren, nur weil es eben nicht das Flaggschiff ist. Und deswegen gehe ich sogar so weit und sage, wenn ihr zu einem P30 greifen wollt, sollte es das Reguläre sein und nicht das Pro. Und wenn es schon eine Pro-Version sein soll, dann meiner Meinung nach das Mate 20 Pro. Denn offensichtlich ist das P30 kein Flaggschiff. Deswegen kostet es auch nicht so viel. Und jetzt kommt eine Aussage, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Huawei-Jünger aufregen wird. Aus meiner Sicht, nach meinen Kriterien, ist das P30 Pro eben auch kein Flaggschiff, da Dinge wie ein QHD-Display oder Stereo-Lautsprecher fehlen. Natürlich, das braucht nicht jeder, aber, und da muss ich einfach Lemmy von Lemmy's Tech-Giste absolut recht geben, wenn ich diese Flaggschiff-Features so nicht bekomme, dann sollte ich auch nicht dafür bezahlen. Denn das Gerät kostet immerhin offiziell 999 Euro, auch wenn es mittlerweile bei knapp über 800 Euro angelangt ist, über Verträge eben noch günstiger, ist das ein gutes Stückchen mehr als die 750 Euro des P30, das mittlerweile schon bei knapp über 600 Euro liegt. Und gerade wenn ich eben Features wie Stereo-Lautsprecher und QHD bei dem Vorgänger bekomme, der mittlerweile deutlich günstiger ist, habe ich Probleme, dieses Gerät zu empfehlen. Deswegen, dieses Mal außen vor, kommen wir jetzt zum P30 selbst, das meiner Meinung nach sogar ein paar Vorteile gegenüber dem Pro hat, die natürlich teilweise auch subjektiv sind, wie zum Beispiel die Größe. Denn vergleichen wir diese direkt, mal seht ihr schon, es ist ein gutes Stückchen kleiner, ist auch nicht ganz so länglich, deswegen ist der Formfaktor besser und die Einhandbedienung und auch das Gefühl an sich. Und jetzt werde ich wahrscheinlich etwas machen, was ich noch nie gemacht habe und nie dachte, dass ich es machen werde. Ich vergebe 5 Goldsterne beim Design. Einfach weil das Gerät, nicht nur wegen der Farbe auf der Rückseite, davon gibt es auch noch viele andere Versionen, so super aussieht. Natürlich ist das Glas und den Fingerabdruck auf, aber das ganze Gerät ist irgendwie so schön designt. Die Ergonomie ist super, die Tasten sind super erreichbar, haben einen absolut top Druckpunkt. Selbst der Fingerabdrucklaser selbst ist relativ gut platziert, der funktioniert auch super schnell und ich würde sogar sagen, auch wenn er teilweise nicht immer ganz so schnell selbst vom Entsperren ist, wie bei dem S10, wirkt der ganze Entsperrungsvorgang einfach dadurch, dass das Display schneller einschaltet, sehr, sehr natürlich, sehr, sehr zuverlässig und deswegen ist es meiner Meinung nach sogar wahrscheinlich der Beste im Display, auch wenn ich die teilweise außerhalb am Gerät ein bisschen bevorzuge, da man da eben erfühlen kann, wo er ist. Aber das muss ich sagen, ist eine absolut legitime Lösung. Was vielleicht jetzt nicht ganz so schön zu sehen ist, ist die Tatsache, dass wir eben leider keine Benachrichtigungs-LED mehr haben. Was wir allerdings immer noch haben, ist Face Unlock, mittels der, wie ihr hier schon sehen könnt, verbauten Kamera vorne, die mit meiner Meinung nach dem besten System eines rahmlosen Geräts daherkommt, einer Teardrop-Notch, denn die Rahmen relativ dünn, auch an der Seite, oben schön klein, mit der Notch eben, die wirklich sehr, sehr dezent gehalten wurde, auch ein kleiner Rand. Bei der Notch muss ich jetzt Folgendes sagen. Wir haben, und das finde ich sehr, sehr gut, das haben wir komischerweise bei vielen Geräten nicht mehr, die Option, diese auch zu verstecken. Und hier muss ich sagen, auch jetzt ist der Rahmen noch sehr, sehr klein. Und dadurch, dass ihr eben dieses High-Notch-Feature habt, geht das nicht ins Bild rein, wenn ihr YouTube-Videos seht oder andere Dinge. Natürlich, schalten wir das jetzt nochmal kurz ein, weil viele Leute wollen das irgendwie immer sehen, weil irgendwie der Notch was Besonderes ist. Bei manchen bestimmten Apps geht es ins Bild rein, allerdings stört es nicht. Ich persönlich habe sie immer versteckt. Was mir dann auch gegenüber dem Pro besser gefällt, ist, dass das Display flach ist, gegenüber eben dem P30 Pro mit den gekurvten Seiten. Es fühlt sich super an, sehr, sehr hochwertig, wie schon gesagt. Das Einzige, was vielleicht einem 5 Goldschweinern-Design widersprechen könnte, wäre die Kamera, die ein bisschen hervorsteht, was mich persönlich allerdings überhaupt nicht stört. Dann haben wir hier noch ein Mikro, SIM-Karteneinschub, dann natürlich noch den Lautsprecher, USB-C und auch ein Kopfhörerausgang, der beim Pro auch nicht mehr vorhanden ist. Wie schon gesagt, Benachrichtungs-LED gibt es leider nicht mehr. Dafür allerdings eben Always-On, falls das für euch eine gute Lösung ist. Möchte ich jetzt nicht allzu sehr noch weiter hypen, um das Design und die Verarbeitung, denn das muss ich sagen, ist nahezu das Beste, was ich mir einfach vorstellen könnte. Es fühlt sich so super an, hochwertig, recht Top-Größe, also alles noch gut erreichbar. Eine Sache, die ich bei dem Rundgang doch glatt völlig vergessen habe, die allerdings erwähnt werden sollte, weil relativ einzigartig sind, die komplett abgeflachten Seiten oben und auch unten. Macht euch allerdings über diese keine Sorgen, diese spürt ihr absolut nicht und ihr habt sogar dadurch einen relativ guten Auflagepunkt. Also selbst das gefällt mir wirklich gut. Würde ich sagen, lassen wir das Thema jetzt mal und kommen zu dem Display. Wir haben es hier mit einem Display von Samsung zu tun. Natürlich ist es deswegen ein AMOLED-Display, was bei dem P30 Pro eben nicht von Samsung stammt. Und ich sage jetzt mal so, es ist nicht auf einem Samsung S10 E-Level. Es ist zwar ein sehr, sehr gutes AMOLED-Display, wir haben auch noch eben die Möglichkeit zwischen normal lebhaft auszusuchen, auch die Farbabstimmung, aber es ist mit 730 Lux relativ hell, eins der helleren definitiv, hat sehr, sehr gute Blickwinkel, eigentlich auch sehr, sehr gute Farben, aber um eben die maximale Qualität des Displays zu erreichen, solltet ihr, und das ist ein Tipp von mir, falls das natürlich für euch okay geht, die Displayschutzfolie abnehmen. Denn das, muss ich sagen, war eine relativ schlechte. Die hat sehr, sehr viel Dreck, Staub und auch Fingerabdrücke sehr, sehr auffällig angenommen. Und, was sie auch machte, sie setzte so einen leichten Filter über das Display. Farben wirkten deutlich blasser. Kontrastfilter. Sobald ich die abgenommen habe, war das Weiß klarer, auch wenn das jetzt nicht ein Samsung-Level erreicht hat. Das Weiß hat immer noch so einen leichten, so körnigen Effekt, aber es ist ein sehr, sehr schönes Display. Also versteht mich hier nicht falsch, es ist nicht das aller, allerbeste Display. Aber rein qualitativ ist es sogar über dem P30 Pro anzusiedeln. Einfach, weil es von der Qualität besser ist. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob Samsung oder nicht. Es ist ein super Display. Es ist relativ schön kalibriert. Mir fehlt ganz persönlich ein bisschen Kontrast, aber das ist kein Ding. Also ihr werdet absolut zufrieden damit sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Für das Geld, dadurch, dass es eben kein Flaggschiff ist, passt die Displayqualität absolut. Wie sieht es allerdings mit der vom Lautsprecher aus? Tja, leider ist er nicht ganz so laut wie bei dem P30 Pro und deswegen eben nur in den meisten Fällen laut genug. Persönlich hätte ich ihn teilweise eben gerne noch ein bisschen lauter, gerade wenn ich YouTube-Videos bei der Arbeit sehen will, wäre das praktisch. Aber ihr müsst einfach auch Folgendes sehen. Bei dem SCNE, das ja preislich auf ungefähr dem gleichen Level liegt, bekommt ihr sehr, sehr gutes Stereo-Lautsprecher, den ich 5 Sterne vergeben habe. Hier allerdings aufgrund dessen, dass dieser nicht so laut ist, nicht qualitativ so gut und eben nur nach unten feuern, es gibt eben nur 4 Sterne. Also wenn ihr nur einen guten Lautsprecher haben wollt, dann werdet ihr absolut bekommen. Wenn ihr den besten oder einen der besten bekommen wollt, den eben leider nicht. Und was ihr da auch nicht bekommen werdet, auch wenn er hier ist, der Kopfhörersgang, denn der ist Huawei-typisch einfach nicht ganz so laut wie manch andere, nicht ganz so qualitativ so sauber, nicht ganz so die Detailauflösung und deswegen immer noch ein bisschen unterdurchschnittlich. Allerdings absolut nicht unterdurchschnittlich ist die Leistung. Auch wenn ich vielleicht direkt auf eine kleine Macke eingehen muss, das wäre YouTube. Und die Macke gibt es schon relativ lange und ich verstehe nicht, dass Huawei schon so lange nicht in der Lage ist, diese zu beheben. Denn gerade in YouTube, relativ oft beim Scrollen, wird die Sache hier sehr, sehr ruckelig. Allerdings eben nicht immer. Was mir auch aufgefallen ist, das kann ich jetzt leider so nicht zeigen, wenn ein Video läuft, gerade dann ist nicht nur die Benutzung in der App, sondern auch in anderen Apps, wenn ihr eben Display, also Picture in Picture habt, sehr, sehr ruckelig und die Leistung lässt stark nach. Das Problem habe ich komischerweise bei dem P30 Pro nicht. Deswegen fehlt hier vielleicht nur das passende Update, um dieses Problem zu beheben, aber das sollte erwähnt werden. Ansonsten allerdings, es ist ein wunderbar flüssiges Gerät. Allerdings muss ich auch sagen, es wirkt nicht ganz so weich wie ein Snapdragon 855, teilweise auch nicht 845. Es ist super flüssig und es ist konstant in den meisten Fällen. Diese kleineren Ruckler fallen im Alltag nicht wirklich auf und es ist immer noch eben auf einem sehr, sehr hohen Level. Eben, nicht ganz so schnell ansprechend, nicht ganz so zackig, nicht teilweise ganz so flüssig, aber das sind minimale Unterschiede, die meiner Meinung nach nicht wirklich eine Rolle spielen. Wirklich warm wird es nicht und ich bin der Meinung, das kann mit einem Update definitiv noch verbessert werden. Was allerdings nicht verbessert werden muss, ist die Akkulaufleistung. Allerdings möchte ich kurz noch zu den Ladezeiten kommen und deswegen sage ich euch einfach mal die Werte, denn die sind schon wirklich beeindruckend. In einer halben Stunde seid ihr von 5 bei 66%. Nach einer Stunde bei 96% und nach einer Stunde 10% seid ihr bei 100%. Also das ist ein super schneller Wert. Eine Stunde YouTube verbraucht 7%. Das ist eigentlich nahezu der zweitbeste Wert. Ich hatte glaube 2 mal 6%. Aber dann bei der normalen Benutzung gibt es noch Folgendes zu sagen. Wir haben ja ein Always-On-Display und ich würde sagen, generell könnt ihr da eine Stunde Screen-On-Time abziehen, aber wo ich ungefähr angekommen bin, ist im Schnitt zwischen 6,5 bis 7,5 Stunden, wobei ich mir sogar vorstellen könnte, dass manche Leute 8 Stunden erreichen könnten, sage ich im Schnitt 7 Stunden bei Daten und in etwa 10 Stunden, wenn nicht sogar plus bei WiFi only. Wenn ihr allerdings jetzt einen 2-Tage-Mix in Betracht zieht, weil das bei dem Gerät absolut machbar ist, dann könnt ihr immer noch bei 6 Stunden ankommen. Wie schon gesagt, mit Always-On angeschaltet, zieht ihr da vielleicht eine Stunde ab. Allerdings muss ich auch bei dem Standby-Verbrauch sagen, der ist vielleicht nicht ganz so besonders, aber das liegt meiner Meinung nach eher an Android Pie als an irgendwas anderem. Also da passt es eigentlich schon und wenn wir jetzt zu der Software kommen, okay, da gibt es Folgendes zu sagen. Wir haben einen App-Draw oder eben nicht, das ist optional. Wir haben den Google-Feed, wir haben die Schnelleinstellungen, wir haben natürlich eine Theming-Engine, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mittlerweile die Tasten durch Gesten zu ersetzen, wir können die Notch halten, Farbtemperatur einstellen, Augen schonen, die Bildschirmauflösung einstellen, dann gibt es natürlich noch Digital Balance, digitale Unterstützung, iTouch und so weiter und so fort. Also es gibt schon relativ viele Optionen, allerdings gibt es meiner Meinung nach nicht so viele wirklich nützliche wie bei Samsung vorhanden. Es gibt natürlich auch relativ viel Bloat und eben es gibt immer noch relativ viele, ja, alte Probleme, die nicht behoben zu scheinen sein, denn ich sehe alte Probleme immer noch wieder auftage und darunter ist eben, und darüber habe ich beim Displaypartner nichts gesagt, Display Dimming. Wie sieht es damit aus? Tja, allein schon der Grund, wieso ich nicht wirklich darüber gemeckert habe bis jetzt, heißt wahrscheinlich, ist es weg. Nein, leider nicht, auch wenn mir einige Leute gesagt haben, das wäre der Fall. Es war ab Werk absolut noch sichtbar, das Gerät hat gedimmt, allerdings gibt es eben seit einer Weile eben die Möglichkeit, das per ADB-Command eben zu beheben, deswegen das Dimming ist behebbar. Es sollte eigentlich keine Lösung sein, auf die Art, wie ihr sie benutzen wollt oder solltet, aber es ist eine Option. Ansonsten gibt es vielleicht noch zu erwähnen, dass SwiftKey, wenn ihr relativ schnell tippt, ein bisschen Delay hat und deswegen ist es verzögert und das Tippen dadurch ein bisschen schwerer, bei SwiftKey eben, und was eben nach einem Neustart jedes Mal passiert, ist folgendes, das allerdings eher nur eine Geeks-Sache ist, aber ich zum Beispiel verstelle die DPI immer von 360, in diesem Fall jetzt auf 420, und auch zum Beispiel die Helligkeit, diese werden beide wieder im Prinzip zurückgesetzt, also die Helligkeit auf Automatik und die DPI auf 360, das sind einfach so kleine Nervigkeiten. Wir haben allerdings immer noch so Sachen wie RAM-Management, der ein bisschen aggressiver ist, also Apps werden teilweise im Hintergrund öfter beendet, als sie sollen sollten oder schneller, und generell ist es immer noch eine UI, die mir nicht die liebste ist, weil ich einfach hier keinen wirklichen Fortschritt mehr sehe. Sie tut ihren Job mittlerweile, ich habe mich daran gewöhnt, auch irgendeinem Dimming und wegen ein paar anderen Sachen, da ich sie einfach über so lange Zeit mittlerweile gewohnt bin, kann ich nicht wirklich drüber meckern. Über die Kamera kann ich auch nicht meckern, zur Kamera-App komme ich nicht, allerdings auch zur Kamera selbst nicht, denn ich habe ein fast 40 Minuten langes Video gemacht, in dem ich die P30 Kamera getestet habe und direkt mit der P30 Pro Kamera verglichen habe und hier schon mal als ganz kurzes Vorabfassel, allerdings solltet ihr vielleicht das Video sehen, um mehr zu erfahren, die Kameras sind sich deutlich näher gekommen, als ich eigentlich erwartet hätte. Deswegen sage ich jetzt Folgendes, wo ihr Vorteile habt, ist einfach aufgrund dessen, dass wir hier OAS haben, bei Low Light, da ist das P30 Pro einfach stärker, da kann das P30 einfach nicht ganz mithalten. Allerdings bei guten Lichtverhältnissen mit der Hauptkamera sind die Ergebnisse so nah beieinander, dass ich wirklich bei meinen Bildern Probleme hatte, diese auseinanderzuhalten. Also da gibt es das gleiche Level, die Selfie-Kamera sowieso ist ja die gleiche, deswegen gibt es auch hier die gleiche Wertung, wo ich sagen muss, es ist auf einem sehr guten Level, allerdings eben nicht auf dem besten Level, das können ein paar andere Kameras noch besser und beim Video generell gibt es eben auch zu sagen, da ist es nicht ganz so gut wie die besten, aber das P30 fällt hier auch wahrscheinlich wegen dem fehlenden OAS ein bisschen zurück, denn in einem Sample werdet ihr sehen, indem ich durch den Wald laufe und wahrscheinlich durch das OAS beim Video das Bild, diese kleineren, komischen, schnellen Zuckler absolut abfiltert, die ihr dann allerdings bei dem P30 sehen könnt. Allerdings, was gibt es jetzt sonst noch zu sagen? Ja, Sprachqualität muss ich sagen, die war eigentlich absolut sauber. WLAN-Empfang war vielleicht ein bisschen schwächer, allerdings die WLAN-Geschwindigkeit war so ziemlich die schnellste, denn ich kam hier so auf ungefähr 16 bis 18 MB pro Sekunde, wo ich vielleicht mit dem Samsung auch so bei 15, 16 ankomme, bei allen anderen, zum Beispiel bei meinem OnePlus 5T komme ich da gerade mal nur auf 8 bis 9, also da sieht man dann schon einen Unterschied, allerdings auch Netzqualität war gut, Sprachqualität, da ist mir nicht wirklich was aufgefallen, auf das ich noch näher zu kommen, also dazu kommen müsste und deswegen würde ich im Prinzip eigentlich schon sagen, es ist Zeit fürs Fazit. So, und wie sieht es denn jetzt mit meinem finalen Urteil aus? Tja, bevor ich dazu komme, nochmal kurz eine Zusammenfassung, die ich mit dem Design beginnen möchte, das für mich persönlich nahezu perfekt ist, denn es hat die exakt richtige Größe für mich, nicht zu groß, nicht zu klein, eine super Ergonomie, ein super Fingerabdrucklaser im Display, ein Top-Notch-Face-Unlock und wenn wir schon auf die Notch zu sprechen kommen, dieses relativ klein kann versteckt werden und das macht es nicht nur zu einer guten Lösung, ich würde sogar sagen, im Moment zur Bestlösung, wenn ihr ein relativ bezel-loses Gerät haben wollt und dann in Verbindung mit den wirklich super Farbkombinationen hat es einen guten Grund, wieso das eben das erste Gerät ist, das 5 Goldsterne bekommen hat beim Design, die ich nicht ganz bei der Verarbeitung vergeben konnte, da gibt es eben nur 5 Sterne, allerdings konnte ich das noch nicht mal bei dem Display vergeben, denn bei einem relativ ähnlichen Preis bietet der S10e einfach ein besseres Display, heißt allerdings nicht, dass das ja nicht noch sehr gut ist, allerdings nicht mal sehr gut sind die Lautsprecher, sie sind nur gut und kommen einfach bei weitem nicht an den S10e ran, aber sie sind gut, allerdings wo es dann wieder sehr gut ist, ist die Leistung, auch wenn sie momentan noch nicht ganz auf dem P30 Pro Niveau ist, ich denke mal, da fehlen noch ein bis zwei Updates, um auf das Niveau zu kommen, sollte allerdings passieren, wo wir allerdings schon absolut auf dem Flaggschiff Niveau sind, ist beim Akku, denn er lädt sehr sehr schnell und er hält sehr sehr lang, er ist konstant, daher ein super Paket in der Sicht, bei der Software, tja, ist Geschmackssache, also gerade einfach, weil jetzt das Dimmen behoben werden kann, bin ich ein bisschen positiver gestimmt, auch wenn es immer noch ein paar Nervigkeiten gibt, kann ich das im Großen und Ganzen mittlerweile akzeptieren, aber eben auch nur tolerieren, nicht wirklich irgendwie als gut empfinden, allerdings bei der Kamera muss ich wiederum sagen, die ist deutlich näher an dem P30 Pro, als ich erwartet hätte, natürlich, ihr verliert hier ein bisschen an Stabilisierung bei Videos und auch die Lowlight-Qualien sind nicht auf dem gleichen Level, aber die Frontkamera ist identisch, auch eben beim Video und die Hauptkamera bei guten Verhältnissen ist so nah dran, dass sie hier eigentlich keine Kompromisse macht, allerdings zahlt ihr eben für ein Gerät, das kein Flaggschiff ist, auch deutlich weniger und deswegen hat es eben auch ein paar Vorteile gegenüber dem Pro, es ist flach, es ist kleiner, wenn euch das gefällt, es fühlt sich einfach besser an, hat einen Kopfhörerausgang und generell ist es einfach so, so nah dran für weniger Geld und das ist super. Allerdings wollt ihr vielleicht jetzt noch wissen, wie sieht es denn im Vergleich zu einem S10e aus oder eben mit einem S10e? Also ich muss sagen, designmäßig habe ich schon gesagt, da kommt hier einfach nichts ran im Moment, allerdings kommt das hier nicht an den S10e-Display ran, auch nicht an die Lautsprecher, bei der Leistung würde ich sagen, in etwa gleich auf, vielleicht einen ganz kleinen Vorteil im Moment noch ans S10, allerdings ein Riesenvorteil hier wieder gegenüber, bei dem S10e ist hier beim Akku, denn das ist nahezu fast, ja nicht ganz doppelt so gut, aber nah dran, Software gebe ich definitiv die bessere Wertung Richtung Samsung, denn Android, also deren ihre One UI ist einfach besser, da muss ich nicht mehr zu sagen. Und bei der Kamera kommt es einfach darauf an, was euch wichtiger ist, also hier würde ich sagen, bekommt ihr die besseren Lowlight-Qualitäten, sehr, sehr gute Hauptqualitäten, aber dann wiederum muss ich bei dem S10 sagen, bekommt ihr definitiv besseren Video-Eigenschaften, besseren Frontkamera-Eigenschaften, bei der Hauptkamera kommt es einfach ein bisschen darauf an, natürlich bekommt ihr nicht den Zoom oder so weiter, aber da kommt es einfach auf euren persönlichen Geschmack an und eben der einzige Grund, wieso wahrscheinlich das P20 nicht mein Daily Driver geworden ist, ist, dass ich eben Stereo-Lautsprecher haben wollte, was ich hier nicht bekommen habe, aber ich muss sagen, bei dem Preis von momentan eben knapp über 600 Euro ist das Paket auf einem sehr, sehr hohen Niveau, es ist ein rundes Paket, es bietet eigentlich alles, was man haben will und da es nicht viele gute, also sehr, sehr gute, kompakte Geräte gibt, ja, steht in der Empfehlung nichts im Weg und auch nichts mit einem Beenden des Videos, das mache ich jetzt, bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020